Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Malcolm, Eddie Canby. Ich erst deutern. Los, ausziehen. Sofort, klar? Malcolm, Eddie Canby ist ein Geek. Malcolms Freunde, Jip und Diggy, sind auch Geeks. All I wanna do is a zoom, zoom, zoom in the boom, boom. Auf jeden. Sagst du auch was oder starrst du mich nur an? Malcolm, Jip und Diggy machen keinen Sport und sind in keiner Gang. Gleichaltrige verarschen sie, weil sie auf den weißen Scheiß stehen, die gute Noten bekommen und sich auf dem College bewerben. Doch, was? Das ist unser letztes Schuljahr. Es wird Zeit, dass wir unseren Horizont erweitern. Wir gehen nicht zu einem Drogendealer auf die Geburtstagsparty. Ich geh, wenn du auch kommst. Fragst du jetzt, ob ich tanzen will oder nicht? Fuck, ist das echt? Wo hast du das her? Die Party. Dom hat das da reingetan. So ist das Leben für einen Geek in den Bottoms. Dom, Alter. Hast du die Sachen, um dich in deinen Rucksack gepackt habe? Hat er wirklich gesagt, dass er dich und uns umbringt, wenn du die Drogen nicht verkaufst? Oder nur dich? Tu nicht so, als wärst du nicht auch neugierig. Wir haben keinen blassen Schimmer vom Drogenverkauf. Du schon. Wir müssen wissen, ob du uns hilfst. Ich will nicht ins Gefängnis, Alter. Ich will aufs College. Ich soll was für deinen Dad abgeben. Also, er ist gerade noch im Büro. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr hier abhängen, bis er wiederkommt. Ja. Du hast bestimmt eins von diesen fotogetischen Gehirnen oder sowas, hm? Du meinst ein fotografisches Gedächtnis? Hab ich doch gesagt, Nigga. Ja, Mann, das hast du. Ich hab nur wiederholt, also. Los, weg hier, komm schon! Für wen hältst du dich eigentlich? Ein Original? Oder eine Fälschung? Wer bin ich? Erlauben Sie mir, mich erneut vorzustellen. Mein Name ist... Alles klar.